Lieber Charles M. Schultz, liebe Peanuts, lieber großer Kürbis, Als Kind wusste ich nicht viel. Ich wuchs auf dem Lande auf, im Fernsehen gab es nur drei Programme. Das Wort Halloween hätte ich 1980 wahrscheinlich nur mit viel Glück in unserem Lexikon gefunden. Tatsächlich gefunden habe ich es bei euch, mit Leines, der im Kürbisfeld sitzt und auf den großen Kürbis wartet. Der mit Geschenken kommen soll. Seit ich die Folge zum ersten Mal sah, bin ich von Halloween begeistert. Leider musste ich Jahrzehnte warten, bis das Fest Mainstream in Deutschland wurde. Ich liebe es nicht unbedingt wegen des Horrors und der Kommerzialisierung, Sondern weil es mit den ganzen grell leuchtenden Kürbissen auf allen Wegen so schön den Herbst eindeutet. Den Herbst die gemütliche, meine gemütliche Jahreszeit. Danke Leines, danke liebe Peanuts, danke Charles M. Schultz, danke großer Kürbis. Herzlichst, Toni Causini Ich liebe es nicht unbedingt wegen des Horrors und des Horrors und des Horrors und des Horrors und des Horrors. Ich liebe es nicht unbedingt wegen des Horrors und des Horrors. Ich liebe es nicht unbedingt wegen des Horrors und des Horrors und des Horrors. Ich liebe es nicht unbedingt wegen des Horrors und des Horrors. Ich liebe es nicht unbedingt wegen des Horrors und des Horrors und des Horrors. Untertitelung des ZDF, 2020